Was wir uns heute anschauen, ist eine super schön renovierte Dreieinhalbzimmer-Wohnung hier in Stalde. Und wer Stalde noch nicht kennt, die kleine liebliche Ortschaft hier im Kanton Wallis, der wird sich spätestens nach diesem Video in die Ortschaft verliebt haben. Unsere Dreieinhalbzimmer-Wohnung mit 120 Quadratmeter Netto-Wohnfläche und 50 Quadratmeter Terrassenfläche mit unverbaubar schönem Bergpanorama 2016 komplett modernisiert und renoviert worden. Die wartet auf euch und die schauen wir jetzt zusammen. Let's go! Stalde mit seinen ca. 1100 Einwohnern ist eine kleine, eher unscheinbare Ortschaft im Bezirk Fischb im Kanton Wallis. Allerdings hat es wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Das beginnt bei den Freizeitmöglichkeiten. Wir haben wunderschöne Wanderungen, weil Stalde ist ein idealer Ausgangspunkt für wirklich sehr, sehr schöne Wanderungen. Und selbstverständlich sind auch Skifahrer oder Snowboarder hier bestens bedient. Die Immobilie selber ist regelmässig renoviert worden und 2016 nochmals modernisiert worden. Das bedeutet, wir haben alle Fussböden, die ersetzt wurden und auch die Küche ist komplett neu gemacht worden. Drei Halbzimmerwohnungen mit drei eigenen Schlafräumen, einer Nasszone, einem wirklich grosszügigen Wohnbereich und nochmals einen zusätzlichen Lagerraum, überzeugt durch weitere Annehmlichkeiten wie selbstverständlich einem eigenen Kellerabteil, einer Garagebox und einem Aussenparkplatz. Mein Name ist Markus Weimann und es wäre mir eine sehr, sehr grosse Freude, euch die wirklich wunderschönen Immobilien persönlich zu zeigen. Und da wir schon wieder am Ende sind von diesem Video, heisst es wie immer am Schluss, meine Lieben, Einschanker, Immoanker. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.